Hallo Leute und herzlich willkommen zu Part 5 von der Adventure Map Trapped. Und dieses Mal stelle ich die Uhr, habe ich gerade eben schon gesagt. Jetzt gibt es hier versteckte Minecarts und ich schätze mal, die sind einfach hinter der Lava und ich drücke mich jetzt mal durch hier. Vielleicht finde ich irgendwelche. Hab eins. Ach, du bist auch schon wach. Warte, aus welcher Richtung kommen wir? Also da hinten dran ist keins. Hab eins. Wow, wo war das? Äh, ziemlich hier hinten. Dies ist ja an meinem Namen. Wow. Ich brenne gerade. Auf der Höhe? Hab eins. Ja, ziemlich weit hinten. Ja, da circa. Klick einfach blöd rum. Ja, und jetzt dahin, wo jetzt mein Name ist. Wow. Okay, und jetzt dahin, wo da jetzt mein Name ist. Wer? Neun Lapislazuli? Aha, aha. Ne, eins daneben. Hallo, wo jetzt mein Name ist? Jetzt. Ah, verdammt. Egal, hätte es eh gepackt. C. Lapislazuli. Lap. Lapislazuli. Oi, jay. Ich find das irgendwie cool, so Treppen. Wie macht man das am besten? Einfach, ähm, hochspringen, dann den, der in dir drin ist sozusagen, dann zuklappen, damit du so gehalbiert wirst und dann wieder hochspringen. Also immer diese Klappen in dich reinklappen sozusagen. Klapp's? Hm. Klapp's nicht? Ja, oder weniger. Einfach klicken, springen, klicken, springen, klicken, springen, klicken, springen. Du musst gar nicht... Ach so. Klicken, springen, nicht springen, klicken. Nein. Ich habe sogar verstanden, was du mir damit sagen wolltest. Alter, das geht noch ewig, gell? Ich bin oben. Trapped. Hier ist das Ende, glaube ich. Scheiße, ist die Pyramide groß. Oder ist hier das Ende? Warte mal. Ich warte schnell auf dich. Sehe ich dich? Nein, ich sehe aber deinen Namen. Ich bin mir nicht sicher, wo wir jetzt herkommen und wo wir noch nicht waren und was weiß ich noch alles. Warte mal. Hä? Wo? Alle zumachen. Noch ein Spring. Jo. Hä? Guck mal. Also hier steht nochmal geil Trapped. Da waren wir, aus diesem grünen Ding kommen wir, gell? Ja. Aber waren wir schon da? Ja, doch. Sicher? Ich laufe da mal hin. Also, Trapped hier, schön. Könnte das Ende sein. Ich würde es sogar vielleicht auch vermuten, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir da waren. Ich auch nicht, aber ich tendiere auch dazu. Na, vielleicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist hier eine Leiterrunde. Ne, hier waren wir auf jeden Fall nicht. Geh weg. Redstone Torch. Redstone Torch, Cloud. Das heißt, wir sind noch nicht fertig. Haha. Ahaha. Collect three Redstone Torches, you can get under two from different locations. There's a map hidden in this city, which will help you to track to other locations. When you have three Torches placed, place them on Sandstone near the castle. Bist du noch da? Ja. Ja. Also, wir brauchen drei Redstone Fackeln. Und die sind irgendwo verstreut. Und die müssen wir dann irgendwo hinstellen. Use Betts als Checkpoints. Sollen wir mal pennen? Warte mal. Ich hab, glaube ich, es war zu liegen. Uh. Wo, wo ist, wo ist das? Wo, wo steht das mit den Betts als Checkpoints? Ich hab hier einen Hebel gefunden. Wo steht das mit den Betts als Checkpoints? Stand da so einem Schild. Ja, ja, genau, da, hab's auch. Und ich hab hier gerade den Hebel umgelegt. In der Library? Ja. Ja. Da ist bestimmt irgendeinem Geheimgang. Ich hab ne Karte. Ja, ich glaube, das war der Geheimgang, oder? Ja, 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 ja. Ja. Immer so in Bibliotheken. Lass mir die Türen am besten, wo wir schon drin waren, offen. Ja. Also, in der Church war nur Lappeslaze liegt. Das heißt nur, aber... Warte mal, warst du hier hinten auch schon? Na, verdammt, Sackgasse. Ich lass die Türen immer offen stehen. Ja, ja, ja. Ey, geh mal in den Bett. Such dir mal ein Bett, bitte. Haarsteins? Jo. Jo. Aha. Ich auch. Max tried to swim in Lava. Hä? Hä? Oh, hey, hey. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ich muss mich... Ey, Max, komm in das Haus, wo ich bin. Wo bist denn du? Such mich einfach schnell. Ah. Ich verreck hier gerade. Was soll ich denn jetzt denn machen? Rausgehen. Und gleich meine Sachen aufsammeln. Warte. Geh raus. Okay, perfekt. Oder auch nicht einsammeln. Das war irgendwie die intelligente Idee von überhaupt allen. Da hinten sind doch noch Schilder. Was ist denn das hier? Das ist ein Friedhof wieder. Lappes. Warte, ist das Wolle? Hohoho. Ich hab ne Schaufel. Ich hab ne Schaufel. Yay. Und ein Knochen. Lappes. Hahaha. Nix. 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 Pigex. Yay. Pigex-Schaufel. Also ich hab jetzt ziemlich viel. Nur kann ich damit gerade nichts anfangen. Das heißt, wir müssen... Warte, was ist hier? Closed to marks the way to other locations. Fuck, ich bin hier runtergefallen. Gül. Okay, ich geh mal... Ah, nee, komm, wir gehen erst hier in die Location. Okay. Sind wir schon mal hier. Ja, fuck, ich komm hier nicht mehr wieder raus. Oh, ich bin im Redstone-Kabel-Zeugs-System. Wo bist du? Ich bin da reingefallen. Wo rein? Hä, Pär, wo bist du? Im Redstone-Zeugs. Ach da. Ach da. Ich mach mir jetzt mal eine Frau. Sorry, muss ich jetzt... Nee, gehen wir erst hier rein, okay? Wo? Hier, das große Ding hier. Wenn wir da reinkommen. Ach so, hier brauchen wir die drei Torches, gell? Jo. Jo. Also, eine haben wir schon. Wow. Immerhin. Hä? Wo jetzt lang? Ah, da. Ah, da. Wow. Ich hasse es, dass ich einfach mal durch... Aber ich glaube, die reguläre Map ist fertig. Ja, ja, das ist so Zusatz, oder? Nee, ich... Ja, ich weiß es nicht. Ich trappe es halt fertig. Wir sind nicht mehr gefangen, aber es geht jetzt noch weiter. Ich denke mal, wenn wir da drin sind, da drin ist das Ende dann. Alter, wie lange geht denn diese Closed-Down-Wege eigentlich? Wo bist du? Ah, da jetzt auch, hinter mir. Ich sehe hier gerade ziemlich alles durch die Karte durch. Siehst du noch einen Closed-Down, auch da oben? Nee, wo ist hier noch ein... Ah, so, da hinten. Wo bist denn du? Ah, hinter mir. Da, hinter dir. Ich lade dich die hinten her. Ah, und da oben ist in der Nächsten, da oben auch. Oh, ah ja, da. Renn schneller. Hüpf, 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 hüpf. Ja, ich habe hier so ein hässliches Loch, Mann. Das nervt. Ja, schön, wo ist denn da? Warum, warum, warum ist das hier alles gerade so verbuggt, ey? Hallo, lad mal die Karte, bitte. Dankeschön. Wo ist jetzt Closed-Down? Das ist, ah, da. Voll gemisch. Voll gemisch. Ah, da, der ist fast nicht zu unterscheiden bei meinem Texture-Pack von Sand, ey. Voll mies. Wenigstens macht er nie so riesenlaute Stampfgeräusche. Es gibt den ganzen Orten da nur, wie er klingen soll. Dahin ist es doch. Das ist mein Baumhaus, Alter. Das ist doch kein Baumhaus. Das ist ein Haus aus Bäumen, das ist ein Baumhaus. Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Das ist doch kein Baumhaus. Das ist ein Haus aus Bäumen. Bist du blöd. Hier ist auch irgendwo ein Krüppel. Was ist denn das hier? Ah, hier können wir, hier können wir, hier können wir checkpointen. Und Nachtzeit. Ich wollte mich in das Bett reinlegen. Ey, was, hier sind die Blöcke außenrum, bitte. Das ist das neue Holz. Das sind diese neuen Holz. Die habe ich noch nicht. Warum geht? Aber das hier ist doch auch neues Holz, oder? Warte mal. Eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass das auch neues Holz ist. Meine Spiele ist hängen gerade. Jetzt fucking Bullshit. Wo bist du, Per? Im Holzding drin. Wir sollen uns die Colors of Numbers merken. Oder so. Irgendwas in der Art. Wie bist du da hochgekommen? Wie bist du da hochgekommen? Es gibt an einer Stelle so ein... Ah, Wolken mit A. Da ist A. Orange 1. Nun daneben gesprungen. Bitter. Aber das kriegt man hin hier. Das ist nicht so der harte Parcours. Der letzte Sprung ist ein bisschen scheiße. Da musst du voll um die Ecke springen. So wie du es liebst. Riecht. Riecht. Ah, warte mal. Ich habe hier eine Map. Boah, scheiße sind die Gebäude riesig. Die Pyramide sehe ich richtig, richtig riesig. Zeig mal. Zeig mal. Werf mal runter. Werf mal runter. Ich bin übelst riesig, die Pyramide, Mann. Hab's gefuckt. Grün ist 2. Orange 1. Grün 2. Komm mal weiter, weiter, weiter. Ah, ah, n. Äh, das ist blöd. Also orange 1, grün 2. Ach du Scheiße. Boah, fuck. Ich mach schon mal das nächste Rätsel, gell? Da muss man nämlich... Ja, ich merk's. Ach so, du bist auch da. Also orange. Also orange war 1. Oh shit. Und ich hab's grad verkackt. Weil das Ding ist da, der Sand ist einfach... Ah, nee, der Sand ist ja nicht in drei eingefallen. Äh, jetzt der hier. Und jetzt der hier. Oh yeah. Oh. Wow. Fuck. Achtung, Achtung. Ei. Geht, geht schon. Spass. Einfach durchleutschen. Drei ist so... Hä, mach nochmal an. Ups. Drei ist so... 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 Drei ist so lila. Wenn wir sie so... Ja. Also eins orange, zwei... Scheiße. Grün. Drei zyran. Drei zyran. Nee, das kann ich mir nie merken, gell? Dürfen wir Sand setzen? Ah nee, wir dürfen... Warte mal, warte mal. Ah. Da brauchen wir die... Da brauchen wir die Redstone. Redstone, ich hab... Nee, Redstone brauchen wir. Redstone, einfach Redstone. Hier gibt's... Auf verschiedenen Bäumen gibt's Redstone. Irgendwo hier werden wir hochkommen. Das hat aber grad geklingelt, gell? Wow. Wow. Okay, warte. Also ein... Ein Ding hab ich schon gefunden. Einen Redstone. Aber die Truhe war auch zu offensichtlich. Ich würd gern bloß wissen. Ich würd gern bloß wissen, wie man hier hochkommt. Ah, klar, wo hochkommt man so. Oder? Warte mal. Ja, übern Wasserfall. Nicht schlecht ausgedacht. Ich würd ja trotzdem keine Kisten mehr. Siehst du noch irgendwo ne Kiste? Nee. Ich hab jetzt nur die eine, aber die hab ich ja schon geleert. Das glaubt mir nicht. Das glaubt mir nicht. Wow. Also hier... Also hier... Alter, mal. Hier war noch ne Kiste. Ich bin... Konnt nämlich da rein schampen über dem Baum. Ach so. Aber ich glaub... Aber ich glaub... Da kommst du jetzt nicht mehr raus, oder? Doch. Ah ne, da. Geil. Du bist da hingekommen. Ah, hier so? Ja. Ja. Na verdammt. Okay, da ist jetzt ein Redstone drin? Nee, einen Bogen und Pfeile. Ah, warte. Ich hab noch hier ne Truhe gefunden. Ich hab noch einen Redstone. Oh, nee. Oh, nee. Und das war auch das Einzige, was wir brauchen. Ach, da. Eigentlich sollten wir da gar nicht reinkommen. Bogen und Pfeile. Wow. Ha? Fuck. Aber wir müssen die Dinger töten. Die Dinger töten. Einfach die Dinger töten. Ey, welche Dinger töten? Die Minecraft. Ey, welche Dinger töten? Wuss. Wuss. Ich hab auch so einen Minigamer gemacht. Trä amüsante. Was ist das hier? Wolle. Wolle. Nein, ne, vier weiß. Vier weiß. Vier weiß. Vier weiß. Vier weiß. Hast du den Hebel umgelegt? Also vier weiß. Also vier weiß. Okay, warte, warte. Eins war orange. Also. Ja. Orange, grün, cyan, weiß. Zier. Oh shit, wir sind so gut. Wow. Wow. Ich glaube, hier ist ein Checkpoint. Warte kurz. Einmal schnell gucken, ob es ein Checkpoint ist hier. Und tatsächlich. Sehen wir ein Checkpoint. Dankeschön. Sniper. Sniper. Ey. Ey. Sharpshooter. Ah. Ey. Ey. Wow. Wow. Fuck. Ah, ich weiß, wie es geht. Ich auch. Ah, ne, okay. Ich auch. Jetzt anders gedacht, dass es geht. Ich auch nicht. Ah, wir dürfen nicht rennen. Sorry, ich mach's nochmal. Ich bin aus dem Stink gleich mal losgerannt, gell? Ich weiß aber, wie es relativ einfach geht. Du musst jetzt schon gegen den Baum laufen. Ja, dann passt's. Lauf, zieh, machen. Hast du den Knopf hier gedrückt? Wow. Ja. Ja. Scheiße. Scheiße. Du konntest einfach da vorne stehen bleiben. Ich hab hier den Scheißpart gleich. Ja, ich hab echt den Scheißpart. Ja. Du musst jetzt aber auch... Fuck, es hat schon Ewigkeiten wieder geklingelt, Mann. Ich hab's dir doch gesagt. Hättest du mich erinnern sollen. Ich hab's voll verpennt. Ich hab's voll verpennt. Scheiß drauf. Das macht die normale Weise auch. Das macht die normale Weise auch. Die nehmen das alles in einem Sturm auf. Ja, aber ich finde das immer so komisch mit dem Reden dann, weißt du? Nö. Nö. Hä, irgendwie raff ich das Rätsel hier grad nicht. Ich grad auch nicht. Ich grad auch nicht. Hm, egal. Hä? Wie soll denn das gehen? Das geht gar nicht. Warte, hier ist irgendwas. Ah, ich weiß es. Ich weiß, wie's geht. Hä? Ahn. Hä? Ahn. Warte. Wie? Wie? Ich hätt's auch. Ich hätt's auch. Ich und mein Katz haben wir. Drei. Drei. Also ich hab, ich hab insgesamt, ich hab, ich hab genug eigentlich. Jeder braucht eigentlich nur eins. Und warum bin ich da jetzt nicht in dieses... Und warum bin ich da jetzt nicht in dieses Minecraft gekommen? Das ist komisch. Und warum dann... Also mit 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 dem Schiff Ding da... Laufen... Und dann dich da reinhocken. Und immer das Minecraft unter dir wieder kaputt machen. Ah. Damit du's wieder mitnehmen kannst. Bin drüben. Das ist eigentlich relativ simpel, bloß nur... Wann muss es raffen? Na, zeitaufwendig hier. Na, zeitaufwendig hier. Warte, während du das mal machst hier, will ich mal eben gucken, aber ich denke mal, wir haben noch so drei Minuten oder so. Äh, wie? Damit wir wieder zwei Parts haben. Ich muss nur eine gescheite Stelle zum Schneiden finden, weißt? Das ist immer das Blöde dann, weil wir reden ja die ganze Zeit irgendwie. Irgendwas reden wir immer. Sehen meine Augen auch so lustig aus? Bei dir sehen die Augen echt übelst genial aus, wenn du sich duckst. Duck dich nochmal. Hey, nee, jetzt auch nicht. Egal, manchmal sieht's aus. Blöfuck? Ich geh einfach hier lang, ich hab keine Lust auf die Dispenser. Hä? Ah, das ist für die Leute, die ja, ah, nee, wir müssen hier lang. Hm, damn it. Aaaaaah! Das tut einem gar nichts. Ja, man muss nur schreien. Das tut einem gar nichts. Diesmal machen wir keine Bilder kaputt. Nein, ich verglück mich dauernd. Nein, ich verglück mich dauernd. Darum verglück ich mich dauernd. Darum verglück ich mich dauernd. Hab's. Milchisch? Wow. Milchisch? Wow. Hä, Perro, wirst du jetzt? Hä, Perro, wirst du jetzt? Ich musste, ich musste schnell wieder raus da. Also, ich musste schnell aus diesem Bildding da raus und dann wieder rein. So, ich würde sagen, wir rennen da jetzt noch hoch und dann sag ich jetzt schon mal, danke fürs Zuschauen, kommentiert, bewertet und abonniert mich, wenn's euch gefallen hat. Wenn euch gefällt, dass wir hier Max abschießen. Hey! Das ist jetzt meine Kiste, das ist mit einer Kiste. Das ist jetzt meine Kiste, das ist mit einer Kiste, die hab ich zuerst gesehen. Ja, okay. Wo war da nix drin? Wo war da nix drin? Also, danke Leute, bis zum nächsten Mal, ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss!